Männer vs. Frauen, die Spaltung der Geschlechter. Neben einer Fridays for Future-Bewegung fürs Klima und Gleichberechtigung für alle, erzielt gegensätzlich dazu die AfD immer mehr Erfolge. Wir stehen für Hashtag MeToo, aber wollen gleichzeitig die alten Geschlechterstereotype wieder zurück. Unsere Generation ist zerstritten, gespalten und das ausgerechnet zwischen den Geschlechtern. Setzt sich dieser Trend weiter fort, könnte sich die Bevölkerung bis ins Jahr 2100 alleine halbieren. So, und wer freut sich dann? Genau, Klaus Schwab und Konsorten. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, es spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, welches heißt Männer vs. Frauen, die Spaltung der Geschlechter. Von Jonas. Ich glaube, es ist eine NPC-Reaction, aber ich weiß es nicht ganz genau. Wir wollen das hier nicht falsch assumen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Deswegen gehen wir unvorgeeingenommen in das Video rein. Mir fällt es definitiv auch auf, dass Männer und Frauen immer mehr gegeneinander kämpfen, habe ich das Gefühl. Hat mehrere Hintergründe, denke ich mal. Da können wir jetzt in der Reaction noch ein bisschen drauf eingehen. Ich will noch nicht zu viel dazu sagen. Für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch mal bitte den Talk an von mir im ARD-Livestream. Habe ich auf dem Kanal hier hochgeladen. Ich war im ARD, Diskussion über Männlichkeit eskaliert. Checkt das mal ab. Ich werde es hier nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Peter rein. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Geht los, Digi. Und los. Ich küsse dein Herz. Los geht's. Leute, wir haben alle schon mal von ihr gehört. Die Generation Z. Jungen, aufgeschlossen, wo. Wie heißen die ganzen Neuen? Die heißen doch anders, oder Rega? Generation Z. Da gibt es doch jetzt auch eine neue schon, ne? So würden sie wahrscheinlich sehr viele bezeichnen. Doch Moment, aufgepasst, der Schein trügt. Ein Artikel der Financial Times zeigt nämlich ein neues Phänomen, was ein Warnzeichen für die Menschen weltweit sein sollte. Denn unsere Generation scheint eigentlich zwei völlig gegensätzliche Gesichter zu haben. Denn was politisch gerade passiert, erleben wir alle hautnah mit. Neben einer Fridays for Future Bewegung fürs Klima und Gleichberechtigung für alle, erzielt gegensätzlich dazu die AfD immer mehr Erfolge. Wir stehen für Hashtag MeToo, aber wollen gleichzeitig die alten Geschlechterstereotype wieder zurück. Unsere Generation ist zerstritten, gespalten und das ausgerechnet zwischen den Geschlechtern. Das heißt Frauen gegen Männer, liberal gegen konservativ. Und da stellt sich die Frage, sollte es nicht eine neue, adäquatere Beschreibung der Generation Z geben? Vielleicht sowas wie jung, zerstritten und hoffnungslos? Wir haben in diesem Video einiges vor uns. Und als ich hierfür recherchiert habe... Hoffnungslos ist niemand, aber ich finde den Aufbau vom Video gerade gar nicht verkehrt, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich erstaunt. Das werdet ihr sicherlich auch sein. Und lasst euch nicht abschrecken, das klingt gerade jetzt wie langweiliger Politikunterricht, aber das ist es nicht. Anfang diesen Jahres nämlich veröffentlichte, wie eben schon erwähnt, die Financial Times Untersuchungen, welche die politischen Spaltungen der Geschlechter unserer Generation zeigen und einige Fragen aufgeworfen hat. Denn nach einer starken politischen Spaltung sah es ganz lange Zeit nicht aus, bis vor wenigen Jahren. Ich habe hier für euch jetzt gerade auch mal die Grafik. Wie wir hier bei den Ergebnissen der Untersuchungen für Deutschland sehen, haben sich die politischen Gesinnungen zwischen Mann und Frau immer beieinander bewegt. Sie sind gemeinsam mal liberaler, also blinker, freiheitfokussierter und mal konservativer, also mal traditioneller geprägt gewesen. Und dann ganz plötzlich driften die beiden Grafen, die die Ideologien von Männern und Frauen aufzeigen, völlig auseinander. Und diese Ergebnisse zeigen sich erstaunlicherweise in vielen... Die Frage, die sich mir jetzt schon stellt als Mange-Schwurbler ist, ist das bewusst herbeigeführt oder ist das Zufall, Digga? Dann weltweit, wie für euch jetzt hier eingeblendet. So, wir haben hier wieder die zwei verschiedenen Grafen, Frauen in Rot dargestellt, Männer in Blau. Es geht hier um junge Männer und Frauen im Alter von 18 bis 29 und ihre... Das ist krass, Digga. ...biologien, also zumindest die Ausrichtungen in Richtung eher liberaler nach oben oder konservativer nach oben. Ja, also es macht doch irgendwie Sinn, ne? Männer wollen wieder mehr konservativ sein, Frauen wollen noch liberaler sein, noch freier sein, noch offener sein und wollen nicht mehr zurück dahin, wo wir hergekommen sind. Wollen natürlich ihre Freiheiten auch nicht mehr aufgeben, so mäßig, weißt du? Weil im gleichen Atemzug, wenn Männer konservativer werden, dann geht das wahrscheinlich auch damit einher, dass es mehr traditioneller wieder sein wird, so, weißt du? Und nicht mehr so, wie das heutzutage durch Feminismus geprägt hat, dieses alles ist gleich und es gibt keine Unterschiede. Und das Geschlecht ist eh nur ein soziales Konstrukt, mäßig, weißt du? Und wir sehen hier Südkorea, die USA, Deutschland und Großbritannien. In Deutschland liegen die Geschlechter bei ihren politischen Ansichten ähnlich wie in den USA plötzlich rund 30% auseinander. Crazy. Im Königreich sind es etwa 25% Punkte und besonders extrem ist es in Südkorea mit etwa 50% Punkten. Wow, Digga, guck mal, South Korea, Bro. Die Jungs haben gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Morkenscheiß, Digga, die sagen, nee, Digga, jetzt konservativ hier. Und die Mädels sagen, doch, weiter. Also da sieht man ein ganz krasses Auseinandergehen. Das bedeutet natürlich nicht sofort, dass jeder Junge politisch rechts ist und jedes Mädchen politisch links, aber die Zahlen zeigen trotzdem eine deutliche Tendenz. So. Was bedeutet... Digga, ich kann dem gut zuhören, sag ich dir ehrlich, ne? Warte mal kurz, ich will mal ganz kurz gucken, gibt's ein Land, der hätte mal Länder einblenden sollen, wo die Frauen auch in die konservative Richtung gehen. Da will ich nämlich hin. Ein ganz krasses Auseinandergehen. Das bedeutet natürlich nicht sofort, dass jeder Junge politisch rechts ist und jedes Mädchen politisch links, aber die Zahlen zeigen trotzdem eine deutliche Tendenz. Frage ist aber, was bedeuten irgendwelche Prozentpunkte jetzt für uns im echten Leben? Um das vorwegzunehmen, sehr viel, vor allem sehr viel Spannung. Denn diese Zahlen zeigen, was wir in den letzten Wochen und Monaten schon in aller Deutlichkeit erleben. Es gibt zwei Lager, die sich gefühlt immer weiter voneinander entfernen. Welche Folgen diese Spaltung bereits jetzt auch unser Leben hat, aber auch noch haben wird, das schauen wir uns jetzt gerade mal genauer an, denn das ist nicht zu vernachlässigen. Kapitel 2, Südkorea. Ein düsterer Blick in unsere Zukunft. Die Spaltung zwischen einer liberalen und einer konservativen Ideologie hat inzwischen schon Auswirkungen auf... Gut aufgearbeitet, Digga. Finde ich sehr interesting, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Sehr, sehr interesting. Danke an den Bruder. Real Talk is sass oder Outlaw is sass, Bro. Danke für deinen Vorschlag. Finde ich ein gutes Video, Digi. Muchas gracias, Bro. ... unser Leben und wird noch größere Folgen in Zukunft haben. Stichwort Demokratie. Machst du dir vielleicht Sorgen um die Demokratie in Deutschland? Wenn ja, dann bist du tatsächlich nicht... Frage 1 wäre es, wäre jetzt für mich persönlich erstmal so, glaube ich überhaupt noch an eine Demokratie. Dass es sowas wie eine echte, ehrliche Demokratie gibt, wo man direkten Einfluss auf Politik haben kann als Bürger. ...die eine kürzlich durchgeführte Umfrage zeigt. 62% der Befragten gaben an, die AfD für eine Bedrohung der deutschen Demokratie zu halten. 62% gleichzeitig erzielt gerade diese Partei aber bundesweit immer mehr Erfolge. Wie hier bei den Landtagswahlen in Bayern, bei der sie vier... Verständlich, wenn die anderen Konsorten nichts auf die Kette kriegen, so. Weißt du, man darf sich auch nicht immer nur hinsetzen und die AfD, oh nee, Digga, die haben so viel, alle Deutschen sind Nazis und so. Nee, aber der restliche Laden kriegt halt nichts auf die Kette und die machen sich das selbst zunutze. Indem die einfach die Sachen sagen, die die anderen nicht auf die Kette kriegen, damit die ihre Wähler bekommen und so. Macht für mich totaler Sinn, dass die AfD so steigt. Total. ...4%-Punkte an Wählerstimmen gewonnen hat. Diese konservativen, beziehungsweise heute sogar sehr rechten Wahlergebnisse liegen aber nicht an den älteren Generationen, oder zumindest nicht nur, sondern kamen sehr viel tatsächlich auch von der jungen Wählerschaft, was mir eben besonders Sorgen macht, wie man hier bei den Erstwählern in Bayern sehen kann, bei denen die AfD die drittstärkste Partei ist und in Hessen bei den Erstwählern sogar die zweitstärkste Partei. Mann, ich prognostiziere, dass wenn es so weitergeht, wird die AfD bald den Bundeskanzler stellen. So. Und es ist auch okay, meiner Meinung nach. Dann sollen die Leute halt sehen, wie das ist, wenn die AfD regiert und werden dann wahrscheinlich merken, dass sich das so ein bisschen so gehupft wie gesprungen ist, wer da eigentlich vorne steht in der Regierung. Weil am Ende des Tages, meiner Meinung nach, die JungsInnen, die da uns präsentiert werden, mehr oder weniger auch nur Marionetten sind. Das sind halt die jungen Leute, die gerade zum ersten Mal wählen. Daher habt ihr vielleicht mittlerweile nicht mehr nur am Familientisch zu den Weihnachtstagen oder so, wenn alle zusammenkommen, mal diese Politik-Streitgespräche, wo deutlich wird, dass es einfach unterschiedliche Ideologien gibt, sondern vielleicht auch schon im Bekannten- und Freundeskreis mit Leuten, die genauso alt seid wie ihr. Aber ja, vielleicht ist ja einer von euch dieses Jahr schon draußen gewesen und hat gegen Rechtsextremismus demonstriert. Etwa 1,4... Das ist auch wieder so, das ist auch, das ist auch, äh, ja. Was denkst du denn, warum die, 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 also... Das hat einen der... Wer hat das gut aufgearbeitet? Einer, dem wir uns auch reingezogen haben. War das Clownswelt oder... Ich glaube schon. Der hat gesagt, nee, 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 war nicht Clownswelt. Das war... Grenzgänger-Studios, die ein gutes Video darüber gemacht haben. Die gesagt haben, dass das auch nur gemacht wird, um die aktuelle Regierung zu legitimieren. Die waren ja, Olaf Scholz, Baerbock und so waren ja mit auf den Demonstrationen. So, das wird natürlich genutzt, um die Wähler oder die Bevölkerung wieder auf deren Seite zu holen. Diese Demonstrationen gegen rechts. Weißt du, das ist auch alles nur ein Schachspiel, was da gespielt wird. Man muss sich halt mal wirklich auseinandersetzen und gucken, was der Grund dafür sein könnte, dass die da gerade so Welle für machen. So. Also ich werde nicht gegen rechts auf die Straße gehen, weil ich ganz genau weiß, dass das nur ein fucking Plan von denen ist, dass wir das machen. Weißt du, die juckt das doch nicht wirklich. Wir waren alleine bis zum 21. Januar schon auf den Straßen und haben demonstriert und es werden immer mehr. Ihr merkt aber, was ich aufzeigen möchte. Es gibt die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und demonstrieren, aber es gibt gleichzeitig auch diesen Anschwung an jungen Menschen, die konservativer oder die teilweise rechts sind oder deren Ideologie es zumindest ist und in welche Richtung das gehen könnte. Das zeigt einen Blick nach Südkorea, wo die Meinungen zwischen Männern und Frauen, wie man in dieser Grafik eben nochmal sehen kann, sich noch viel deutlicher... Ja, Digi, bleib mal beim Männer-Frauen-Thema. Finde ich auch interessanter irgendwie. ...cheiden, also es noch viel stärker auseinandergegangen ist, aber wir sind ja genau dahin, das zeigen zumindest die Zahlen, wir sind genau dahin unterwegs und das macht es so besorgniserregend. Nirgends auf der Welt ist die Geburtenrate so niedrig wie in... Ja. ...Südkorea und der Grund dafür ist deutlich. Südkoreanische Frauen treten nämlich in eine Art Gebärstreik, weil sie das Land und deren Männer als zu ungerecht, zu konservativ und zu... Das ist... Das ist... Das sind die Auswirkungen. Meiner Meinung nach sind das die Auswirkungen von, äh... Wie lange gibt es Feminismus schon? Sorry, ich muss es sagen, wie es ist. Das sind die Auswirkungen von diesem Radikalfeminismus, den es jetzt seit ein paar Generationen gibt, so. Es geht in eine übertriebene Richtung rein, die nichts mehr gesund... Das hat nichts Gesundes mehr, was da passiert, so. Wenn Männer und Frauen nicht mehr zusammenkommen und wir keine Kinder mehr kriegen, dann gibt es uns irgendwann nicht mehr, so. So, wenn das das Ziel ist, dann okay. Aber ja. ...so patriarchalisch wahrnehmen. 2023, also im letzten Jahr, lag die Geburtenrate bei etwa 0,72. Und in diesem Jahr wird sie auf etwa 0,68. Bro, das ist crazy. ...unastiziert, also sie fällt weiter. Setzt sich dieser Trend weiter fort, könnte sich die Bevölkerung bis ins Jahr 2100 alleine halbieren. So, und wer freut sich dann? Genau, Klaus Schwab und Konsorten. Auch in den Vereinigten Staaten zeigen sich verschiedene Wertvorstellungen zwischen den Geschlechtern. So gab es im Jahr 2022 diese Umfrage hier, die ich sehr, sehr spannend finde. Für euch hier mal kurz zur Erklärung. Die politische Spaltung zu verschiedenen Themen zwischen Männern und Frauen, aber auch sortiert darin, ob sie collegegebildet sind oder eben nicht. Und hier ist sehr deutlich, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen in die Richtung, ob die Ansichten eher konservativer oder eher progressiver beziehungsweise liberaler sind. Wenn wir uns zum Beispiel den ersten Punkt angucken, wo es um Abtreibung geht, ob die legal sein sollte, dann zeigt sich, dass Frauen in Gelb mit einer Collegebildung am liberalsten sind und der Meinung sind, dass das legal sein sollte. Und es gibt dann einen kleinen Sprung zu den Männern mit Collegeabschluss. Dann gibt es diesen riesen Bildungsgap und dann kommen wieder die Frauen, die keinen Collegeabschluss haben und dann erst die Männer, die keinen Collegeabschluss haben. So, jetzt könnte man auf zwei Arten und Weisen da jetzt argumentieren. Man könnte jetzt sagen, ja, die sind einfach dumm und deswegen denken die nicht weit genug. Wir sind im fucking 2024 und da muss auf jeden Fall Abtreibung erlaubt sein. Oder man könnte sagen, dass das Schulsystem diese beiden Geschlechter indoktriniert, dass die diese aktuellen Agendas, die umgesetzt werden wollen, halt auch annehmen so. Weißt du? Wie zum Beispiel das mit der Abtreibung. So. Der hat halt diesen Einschluss nur daraus gezogen und der sagt jetzt, dass die Bildung dafür verantwortlich ist. Ich sag dir ehrlich, meine persönliche Ansicht ist, dazu musst du nicht gebildet sein, um zu fühlen, was richtig und was falsch ist. So. Ob du einen Collegeabschluss hast oder nicht, du bist ein Mensch. So. Und du bist nicht mehr wert oder du bist, du kannst nicht besser fühlen, wenn du mehr gebildet bist. So. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Meiner Meinung nach so. Und ja, deswegen ist das für mich, ich glaube eher, dass diese ganzen Agendas, ich bin mir sicher, dass es bei anderen Themen, die aktuellen Agenda sind, genauso ist. Die Jungs innen werden in den Colleges extrem beeinflusst. Die werden genau in die Richtung getrieben, wo sie sein sollen. Wo die Leute die haben wollen. Weißt du? Wokies. Nach dem College sind die meisten Leute woke. So. Zum Beispiel den Punkt 3 angucken. Also, dass man Donald Trump nicht favorisiert. Dann sind hier in beiden Fällen... So, Digga, das ist das perfekte Beispiel dafür. ...einfach weit vorne die Gebildeten und die Ungebildeten, die ihn eher favorisieren. Also, so aufregend, finde ich einfach. Und hier von derselben Studie nochmal eine andere Umfrage, wo sich eben auch zeigt, junge Frauen hier in blau bewerten den sozialen Bann. Wie zum Beispiel, dass Männer mehr Emotionen zeigen dürfen oder auch ein Recht auf Elternzeit haben. Crazy. Dass Frauen vermehrt zum Militär gehen sollten oder dass auch homosexuelle Paare Kinder haben dürfen. Viel mehr als etwas Positives, als das Männer bewerten. Also, Frauen sind hier einfach wesentlich progressiver und Männer wesentlich konservativer. Wisst ihr, was auch ein Fakt ist, dass, und das muss ich so sagen, wie es ist, das ist auch mit Studien festgestellt worden, Frauen sind einfach auch leichter beeinflussbar. Deswegen ist es auch so, dass 80% des Marketings von Unternehmen immer auf Frauen abzielt, selbst wenn es sich um Männerprodukte handelt, weil man Frauen besser beeinflussen kann. Und das hat, glaube ich, auch biologische Hintergründe, weil Frauen mussten sich immer auch schon ein bisschen adaptieren so, weißt du, anpassen. Und es war früher mal so, und das ist halt jetzt, hört sich relativ primitiv an, aber diese ganzen sozialen Konstrukte, die heutzutage vorherrschen, die sind zwar alles schön und gut und es hört sich alles fair und gerecht an, aber wir sind immer noch jahrtausendelang geprägt von unserer Vergangenheit. Und das hat immer noch Auswirkungen auf unsere heutige Denkweise so. Und früher war es halt einfach so, dass es mal sein konnte, dass ein ganzes Dorf überfallen wurde von anderen Männern und die Kinder, also die Männer und die Jungs, die männlichen Kinder getötet wurden und die Frauen dann mitgenommen wurden. Beziehungsweise die Frauen haben sich dann angepasst an die neuen Männer, die jetzt hier regieren. Und darauf soll das wohl zurückzuführen sein, dass Frauen sich besser anpassen können generell und damit auch leichter beeinflussbar sind so, weißt du. Und deswegen ist es glaube ich auch so, dass wenn die dann in die Colleges reingehen und die dann diese Indoktrination bekommen, dass die dann halt in diese ganze Scheiße auch glauben so, weißt du. Sowas kann auch auf persönlichen Ebene zu einem Problem werden. Beispielsweise im 630 Podcast hat eine Hörerin darüber gesprochen. Ist jetzt für viele Leute, für viele Leute denken so, oh, das ist aber chauvinistisch und sexistisch und das kann man ja nicht mehr sagen heutzutage. Aber ich sage dir ganz ehrlich, so wie es ist, viele von den Sachen, die in unserer Biologie verankert sind, nachdem wir heute, also wo wir uns heute noch hingezogen fühlen. Zum Beispiel, dass jetzt eine Frau zum Beispiel auch einen Mann haben möchte, der größer und stärker ist als sie oder sich da immer noch hingezogen fühlt, liegt genau daran. Diese ganzen sozialen Konstrukte, die wir heutzutage haben, die kannst du nicht einfach so auf uns draufstülpen und sagen, ab heute lebst du jetzt so, weil wir haben 2024. 2024. Unsere DNA ist geprägt von Jahrtausenden und wir sind immer noch auch, ein gewisser Teil von uns ist immer noch Tier auch einfach, weißt du. So. Natürlich. Dass sich im Laufe ihrer Beziehung zu ihrem Mann die Dynamiken und die Ansichten, die politischen, dass die sich verändert haben. Da hören wir gerade mal kurz gemeinsam rein. Da hat uns auch eine Hörerin eine mega, mega spannende Nachricht zugeschrieben, wie sich das entwickelt hat bei ihr. Sie sagt, sie ist schon ewig mit ihrem Partner zusammen. Die beiden haben auch schon Kinder gemeinsam. Und seitdem sie Mutter geworden ist, ist für sie Feminismus wichtiger geworden. Also sie hat dann zum Beispiel auf Instagram sich auch mehr mit Diskriminierung und verschiedenen Perspektiven auseinandergesetzt. Und ihr Mann schreibt sie, der ist wohl genau in die andere Richtung gewandert. Also der rollt quasi beim Thema Wokeness mit den Augen, findet gendernervig und drückt sich wohl auch ab und zu mal absichtlich ein bisschen provokanter aus. Sie schreibt, würden sich die beiden heute kennenlernen, da wäre sie gar nicht mehr so sicher, ob die sich überhaupt noch ineinander verlieben würden. So, ihr habt es gerade gehört. Wie kann es sein, dass sich zwei eigentlich vertraute Partner aber plötzlich in zwei völlig unterschiedliche Richtungen bewegen? Ich glaube, das ist Manipulation oder Beeinflussung von außen. Ich glaube, die Medien, TikTok, Instagram, Filme, Nachrichten, das spielt eine Riesenrolle dabei. Jede Seite hat dazu auch ihre eigenen Gründe. Bringt mich zu Kapitel 3, Hashtag MeToo. Schauen wir uns doch mal etwas genauer den Graphen der Frauen unserer Eingangsuntersuchung an. Hier fällt ein Schnitt der beiden Graphen um das Jahr 1980 auf. Und man stellt sich natürlich die Frage, ob es dahin, also vor 1980, Frauen entsprechend konservativer waren als Männer. Und ja, wie eine Studie der Universität Köln hier... Crazy. ...eingebettet zeigt, bis 1980 wählten Frauen bei den Bundestagswahlen konservativere Parteien als Männer. Diese konservativere Wahlverhalten bis in die 1980er Jahren bezeichnen Politikwissenschaftler als den Traditional Gender Gap. Dieser Schnitt dann aber, also um 1980 rum, zu einem liberaleren Wahlverhalten als Männer lässt sich vor allem auf eine Sache zurückzuführen, das ist vielleicht für manche überraschend, auf Religion. Frauen... Okay. ...nämlich ganz allgemein aktiver in ihrem Glauben. Das kann man nicht auf jeden sagen, aber im Allgemeinen. Seit vielen Jahren jedoch verliert der Glauben in unserer Gesellschaft mehr und mehr an Bedeutung. Dadurch legten dann aber auch immer mehr Frauen die traditionell religiös geprägten Werte, wie zum Beispiel traditionelle Geschlechterrollen, ab. Und seit der Bundestagswahl... Ethik, Moral etc. pp. auch. Das sehen wir heutzutage im Internet. Es trifft nicht nur auf Frauen zu, sondern auch auf Männer auf jeden Fall. Also das ist auch meiner Meinung nach... Also das fehlt uns auch ein bisschen. Ich weiß, viele bei mir in meiner Community und auch im Chat sind so auch so antireligiös oder antireligion und solche Sachen. Aber ich persönlich sage ehrlich, das hat uns wenigstens noch ethisch-moralisch ein bisschen festgehalten, weißt du. Da gab's... Da haben wir einer gewissen Ethik und Moral noch gefolgt. Und selbst heutzutage ist es so, wenn du Leute fragst so, was sollte man als Mensch machen, was sollte man nicht machen. Und meistens zählen die Menschen dann die 10 Gebote auf, weißt du. Also es hat immer noch schon die Basis unserer Gesellschaft, es immer noch zurückzuführen auf eine gewisse Art von Glauben, auf eine Ethik, auf eine Moral. So. Und ich glaube, wenn die komplett wegfällt, dann sind wir richtig in Sodom und Gomorra wieder. 2017 scheiden sich Frauen vermehrt sogar immer mehr für linkere Parteien. In Deutschland haben sich Frauen, wie man es hier eben nochmal auch sieht, deutlich schneller hin zum Liberalismus gewendet, als die Männer zum Konservatismus. Dieses Wahlverhalten ist das umgekehrte Phänomen zum Traditional Gender Gap und wird als Modern Gender Gap beschrieben. Aber woher kam 2017 der plötzliche Turbo in Richtung Liberalismus unter den Frauen? Die kurze Antwort ist die Hashtag-MeToo-Bewegung. Am 5. Oktober 2017 erschien in der New York Times ein Artikel, in dem dem früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Zehn Tage später rief Alissa Milano, das ist sie links im Bild, auch eine US-amerikanische Schauspielerin unter dem Hashtag MeToo-Andere-Frauen auf, ihre Erfahrungen mit sexuellem Übergriff, Missbrauch und Diskriminierung zu teilen, sodass der Hashtag auf Instagram mittlerweile über 3 Millionen Mal genutzt wurde. Harvey Weinstein wurde nach... Wobei da auch, also ja, ist ja erstmal eine gute Sache, dass Frauen sich trauen zu teilen, wenn ihnen irgendwas passiert ist, ne? Finde ich immer eine gute Sache so, weil alle Männer, die Frauen irgendwas antun, sind keine Männer, die müssen bestraft werden, definitiv, da bin ich hundertprozentig hinten dran. Aber der wurde natürlich auch teilweise benutzt, auch für Falschanschuldigungen und so. Und das darf man dabei auch nicht vergessen, ne? Da hat man auch ein bisschen... Sind schon Dinge rausgekommen, wo dieser Hashtag ganz schnell mal rausgezogen wurde und Männer dann irgendwie angeschuldigt... An... An... Wie sagt man? Beschuldigt wurden und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass es gar nicht stimmt und dass die gelogen haben, die Mädels. Und der Ruf der Männer war trotzdem schon zerrissen in der Öffentlichkeit, so weißt du. Also das wurde auch wieder genutzt, ein bisschen von Leuten, die gar nicht richtig betroffen sind. Und das macht mich dann richtig... So, da werde ich dann auch richtig... Weil es gibt Frauen, die wurden vergewaltigt, wirklich vergewaltigt oder irgendwie angegriffen oder körperlich irgendwas passiert. Und die, die lügen, um vielleicht ein bisschen Kohle zu machen oder irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, was ja auch im deutschsprachigen Raum sogar auch passiert ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, dann macht mich das einfach nur traurig so, weißt du. Weil ich kenne persönlich auch Frauen, die betroffen sind und damit machst du deren Leid eigentlich... Weißt du, damit, damit, damit gibst du... Wie sagt man das, Digga? Wie drücke ich das jetzt am besten aus? Das hat einen negativen Effekt auf jeden Fall auf Frauen, denen wirklich was passiert ist. ...verurteidigung von über 80 Frauen in zwei Prozessen zu 39 Jahren Haft verurteilt. Sodass immer mehr Frauen nun öffentlich über ihre Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch, sexueller Belästigung oder Diskriminierung gesprochen haben. Damit gab MeToo der Emanzipationsbewegung neuen Aufschwung, der sich auch in der plötzlichen Liberalisierung der Frauenideologien zeigt. MeToo stellt sehr deutlich dar, warum Liberalismus für viele Frauen vielleicht einfach wertvoller ist. Konservatismus nämlich steht eher für traditionelle Werte, die für Frauen auch Dinge wie sexuelle Belästigung, Diskriminierung oder schlechte Bezahlung bedeuten können. Dafür bietet der Liberalist... Das ist halt nicht konservativ, meiner Meinung nach, Digga. Sexuelle Belästigung, schlechtere Bezahlung oder irgendwie, weißt du, Körperlichkeit. Und das hat ja nichts mit konservativ zu tun. ...einige gute Lösungsansätze. Einige weitere Ursachen für liberalere Ansichten lassen sich auch auf die Mutterrolle zurückführen. Denn auch wenn Mütter immer mehr in Vollzeit arbeiten, übernehmen sie trotzdem immer noch mehr Alltagsaufgaben, wie zum Beispiel die Kindererziehung. Das macht sie dadurch aufmerksamer für verschiedene soziale Themen. Dazu oder vielleicht auch daher scheinen Frauen mehr über das allgemeine Leid auf der Welt nachzudenken, als dass Männer in jeder Altersklasse tun. Wie das hier auch diese Umfrage aus den USA verdeutlicht. Wo gezeigt wird, wie verschiedene Altersklassen zwischen Männern und Frauen über das Leid auf der Welt regelmäßig nachdenken. Und da zeigt sich, in jeder Altersklasse denken Frauen mehr darüber nach als Männer. Aber ist doch eigentlich geiler, wenn du eine Frau... Also ich persönlich, wenn ich jetzt... Aber ich kann mich ja nur reinversetzen, ne? Ich bin halt natürlich keine Frau, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Offensichtlich. Aber wenn ich mich so in eine Frau reinversetzen würde, dann ist... Wenn es vernünftige Männer geben würde, die sich auch um die Familie kümmern, ne? Und um die Frau. Und die kann sich um die Familie kümmern und um das Zuhause. Das ist doch eigentlich gut, Digga. Oder nicht? Ich weiß ja nicht, wie es ist als Frau, wenn man ein Kind bekommt. Wollt ihr dann auf Krampf schnell wieder arbeiten gehen? Oder fühlt ihr mehr, euch zu Hause zu kümmern um das Kind? Das frage ich mich manchmal. Ich denke mir, so ist doch... Eigentlich natural, dass Frauen das gerne machen würden, oder? Und dann ist doch konservativ besser, weil in der konservativen Welt ist es ja eigentlich so, dass der Mann sich dann zu kümmern hat und der Frau den Rücken frei hält, dass die nicht mehr unbedingt gezwungen dazu ist, Hardcore arbeiten zu gehen. Aus einer starken Emanzipationsbewegung für Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wurde eine Bewegung für Gleichberechtigung für alle und für mehr Vielfalt. Die Frage ist aber, was könnte Männer... Es geht nicht nur um Gleichberechtigung. Also ich habe schon Demonstrationen und Schilder gesehen, mäßig, wo die sagen, alle Männer sollen getötet werden. Das geht in eine Richtung, die ist nicht mehr gesund, Digi. ...an dieser Gleichberechtigung stören. Kapitel 4. In die Arme der AfD. Sehr auffällig ist, dass anders als bei den Frauen gab es bei Männern keine große Männerrechtsbewegung. Was erstmal vielleicht logisch erscheint, weil die natürlich strukturell nicht weltweit diskriminiert wurden. Jedenfalls nicht in der Form, in der es bei... Das Problem ist, dass viele Paare sich es heute nicht mehr leisten können, wenn nur einer arbeitet. Das liegt an neoliberalen Kapitalismus. Da stimme ich dir zu, Bro. Selbst wenn man das wollen würde, ist es heutzutage echt nicht einfach, eine Familie überhaupt als Mann zu versorgen, versorgen zu können. Und das sehe ich auch als sehr, 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 sehr kritisch. Man muss schon sehr erfolgreich sein und irgendwas Krasses machen, damit man eine Familie komplett versorgen kann. Die Frage ist aber auch, ob das überhaupt gewollt ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich so ein paar Videos mir anschaue und so, wenn ich so Feministen manchmal reden höre, die wollen gar nicht. Selbst wenn die die Möglichkeit hätten, das wäre für die diskriminierend, wenn der Mann überhaupt nur anbieten würde, dass er arbeiten geht und dass sie ein bisschen mehr zu Hause bleiben kann. Ich habe das Gefühl, die wollen erstens gar keine Kinder mehr kriegen und die schieben ihre Kinder ab, teilweise schon mit einem Jahr in irgendwelche Kitas oder Pflegedinger so. Weißt du, wie ich meine? Damit die ihre Karriere wieder zum Laufen bringen können, weißt du? Frauen passiert ist. Doch eine so große Bewegung wie diese Emanzipationsbewegung bot den Frauen den Raum, weitere Missstände aufzudecken und dadurch immer mehr weitere liberale Ansätze zu finden, um diese Probleme zu lösen. Und ich meine, einige Lösungsansätze des Feminismus tun auch dem Mann gut. Also so wird zum Beispiel auch der Mann entlastet, wenn die Frau ihn finanziell unterstützen kann. Hast du gehört, Digga? Tut uns gut, Jungs. So. ...waren das alles halt eher indirekte Lösungen, die für den Mann gefunden wurden. Denn auch wenn Männer nicht unter struktureller Diskriminierung leiden, brauchen wir trotzdem Lösungen für die... Männer leiden nicht unter struktureller Diskriminierung? Dann sei mal ein toxischer Alpha, so wie ich, Digga. Da wirst du aber jeden Tag von über allen Ecken diskriminiert. Selbst bei mir im Chat. Grüße gehen raus an Sonja. ...einschneidende Probleme. Beispielsweise haben rund 75% der Suizide im Jahr 2022 in Deutschland Männer begangen. Es gab dafür aber nur sehr wenig Diskussionsraum für neue und damit liberalere Lösungsansätze für Männer. So scheinen traditionelle Lösungsansätze einfacher zu erreichen für junge Männer. Boah, der redet voll schnell, Digga. Ich kann gar nicht bei allem eingreifen hier. ...schneidende Probleme. Beispielsweise haben rund 75% der Suizide im Jahr 2022 in Deutschland Männer begangen. Es gab dafür aber nur sehr wenig Diskussionsraum für neue und damit... Für die männliche Experience juckt sich halt keiner, sag ich dir so, wie es ist. Es interessiert niemanden. Habe ich ja auch in dem ARD-Talk gesagt, es juckt die nicht. Vor allen Dingen Frauen nicht. Das interessiert die nicht, wie es uns geht und wie wir unser Leben so... Weißt du, was so bei uns in unserem Leben... Du kannst ja auch... Du darfst ja nicht mal als Mann... Das muss ich so sagen, wie es ist. Wenn du als Mann anfängst, darüber zu reden, wie du dich fühlst oder was du gerne hättest oder was deine... Das ist ja auch ganz schnell dann toxisch. Das ist dann ganz schnell negativ und hat Potenzial, gecancelt zu werden. Deswegen halten die meisten Männer einfach ihre Schnauze und versuchen mit ihren Problemen selber klar zu kommen. Und das endet dann leider so, dass viele vielleicht auch sich ihr Leben nehmen. Weißt du, das ist halt nicht so geil. Ich finde das traurig. Deswegen sollten wir wenigstens untereinander... Das ist eine Sache, für die ich hier auch... Wo ich anregen möchte, ist, dass wir uns wenigstens als Männer untereinander miteinander unterhalten. So, wir müssen es zulassen, dass wir miteinander reden, Digi. Und dann da auch nicht das Gefühl haben, dass wir zu schwach sind oder so. So, weißt du, dann einfach mit Männern, dass wir uns da öffnen. Wenn wir es Frauen gegenüber nicht machen, weil die uns vielleicht nicht zuhören oder sie es nicht richtig... Oder die es vielleicht auch nicht richtig verstehen können, dann öffnet euch wenigstens anderen Männern gegenüber. So. So. ...lösungsansätze für Männer. So scheinen traditionelle Lösungsansätze einfacher zu erreichen für junge Männer. Ist ein junger Mann zum Beispiel unsicher, würde der Liberalismus Freiheit bieten, sich selbst zu definieren. Was aber für viele vermutlich komplizierter scheint, als sich einfach am konservativen Rollenbild des Mannes zu orientieren, um hierdurch dann Sicherheit und Selbstbewusstsein zu gewinnen. So halten junge Männer... Einem Chat, die Mama Maja hat gerade gesagt, finde ich eine gute Sache. Die sagt, dann redet doch mit euren Frauen. So. Und das ist auch eine gute Sache, wenn ihr eine Frau habt. So. Das Ding ist halt, die meisten Männer heutzutage haben halt keine Frauen. Viele Männer sind halt Single. Viele Männer haben gar keine Chancen bei Frauen. Viele Männer sind Jungfrau, auch schon noch bis 30, Digga. Darüber wird nicht geredet, aber das ist so. Und deswegen haben die halt auch keine Mädels, die denen zuhören. Und was mir auch aufgefallen ist, dass halt die Experience als Mann auch eine andere ist als die als Frau. Und dann kann man sich vielleicht nicht so gut verstehen. Also es ist wichtig als Mann, andere Männer zu haben, mit denen du deine Probleme teilst. Ohne zu denken, dass du jetzt eine Pussy bist oder so. Und dass du dich da öffnen kannst. Weil die können dich auch besser verstehen, weil die die gleiche Experience wie du machen. Genauso ist es auch wichtig, dass Frauen sich mit anderen Frauen unterhalten. Ihr versteht, man versteht sich halt besser, wenn man die gleiche Experience lebt. So, weißt du. Deswegen finde ich das wichtig. Ich glaube halt, bei Männern ist das Problem, alles ist ein Problem. Dass Männer denken, dass wenn sie sich öffnen und über ihre Probleme reden, dass sie dann Pussys sind so. Selbst mit anderen Männern. Und das ist halt gefährlich. Weil das endet dann in Selbstmord vielleicht. Weißt du. Was ist falsch daran, mit 30 Jungfrau zu sein? Wenn das gewollt ist, ist doch geil. Weißt du, wie ich meine? Sag ich doch, bin ich stolz auch auf dich, wenn du das durchgezogen hast. Und vielleicht aus religiösen Gründen oder Wartes, bis du die richtige Frau gefunden hast. Habe ich Respekt vor. Vollsten Respekt auf jeden Fall. Aber die meisten machen das nicht gewollt. Sondern weil sie einfach keine Chance haben. Und das ist dann schon eher traurig. Weißt du. Viele Männer sind einsam. Die haben niemanden. Die würden gerne eine Frau haben, aber die... Weißt du, sind sozial vielleicht nicht so richtig auf Kette. Haben vielleicht keine Chance. Machen vielleicht nichts selber aus sich und ihrem Leben und haben dann keine Chance. Also die haben... Ich habe ja einen Kumpel, der ist Beziehungscoach. Oder der bringt Männern bei, wie die mit... Wie die mit dem anderen Geschlecht wieder mehr Chancen haben. Und da gibt es wirklich Männer, die sind 35, 40. Die haben noch nie eine Frau angefasst. Nicht die Hände, nicht geküsst. Nichts. Das ist schon krass. Ich schwöre es dir. Das ist schon krass. Viele können sich das nicht vorstellen. Weil du das vielleicht selber nicht erlebt hast. Aber wie ich schon gesagt habe. Die Männer, die du vielleicht sogar kennst in deinem Freundeskreis, die so sind. Oder von Kollegen oder nicht Kollegen. Die würden das auch niemals mit euch teilen. Weil die denken, die würden dann ausgelacht werden. Und so. Ja, Mann, Digga, das gibt's. Idealen wie zum Beispiel... Es gibt eine Studie in den Staaten, dass jeder dritte Mann zwischen 18 und 30 noch Jungfrau ist. Oder ein Jahr keinen Sex hatte. Und die meisten von denen ungewollt. Dem Versorger. I mean, this is... This is... This is... Identifizieren sich weiter an Idealen wie zum Beispiel dem Versorger. Verstärkte wirtschaftliche Probleme wie Corona oder die Inflation könnten hier bei Männern einen zusätzlich erhöhten Leistungsdruck ausgelöst haben. Und gleichzeitig bieten dann konservativere Parteien wie zum Beispiel auch die CDU dann einfach radikalere Lösungen. Gleichzeitig... Ich sag halt dieses Versorgerding, das geht mir wieder jetzt gerade in so eine Richtung rein, wo gesagt wird, ähm... Das ist ein soziales Konstrukt und Männer kriegen diesen Druck aufgebaut und so. Also ich glaub, Männer waren schon immer so, dass die gerne ihre Familie versorgen würden. Ich glaub wirklich... Also ich persönlich glaube wirklich, dass es biologische Hintergründe hat. Ich glaube wirklich, dass es ist, weil wir das schon immer so gemacht haben. ...waren viele Männer durch die liberalere Emanzipation der Frau zunehmend auch eine Art... Ich geh sogar so weit zu sagen, dass wenn wir das nicht mehr tun, das was wir in der Vergangenheit über tausende Millionen von Jahren gemacht haben, wenn wir das nicht mehr tun, dass es sogar einen negativen Effekt auf unsere Psyche haben kann, wenn wir nicht mehr das sein können, was wir eigentlich biologisch sein wollen. So. Wenn wir nicht mehr der Versorger sein können in der Familie. Es gibt doch viele Männer... Was denkt ihr denn, warum es Männer gibt, die ein Problem damit haben, wenn die Frau zum Beispiel der Versorger ist? Das liegt nicht daran, dass wir der Frau das nicht gönnen und dass wir über der stehen wollen und so. Das liegt daran, weil wir biologisch gesehen so gehardwired sind über Millionen, Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden, dass wir eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Familie versorgt ist so. Das glaube ich. Das hat gar nicht so viel mit Ego oder mit diesen ganzen Sachen zu tun. Ich glaube, das ist Biology so ein bisschen. Teilweise auf jeden Fall. Bildungsverlust. Da Frauen inzwischen bessere Bildungs- und Berufschancen haben, als sie eben früher hatten, sind Frauen mittlerweile eben weitestgehend unabhängig und die vermeintliche Rolle des Mannes als Versorger wird deswegen eben nicht mehr so gebraucht, wodrin viele Männer eben für sich eine Bedrohung sehen. So können dann lieber... Bedrohung sehen und das... Also wie gesagt, ich glaube wirklich, das tut denen auch nicht gut, weil es nicht unserer Natürlichkeit entspricht. ...frauen mit ihren Ansichten, Männer, die... Nein, Leon, du bist einfach ein toxischer Mann. So. So, kann auch sein. Es geht. Mann, ich versuche doch auch nur zu erklären, was bei mir abgeht, weißt du? Oder was ich so erfahrungstechnisch erlebt habe. Ich weiß ja auch nicht alles richtig. Das ist ja klar. Ich erzähle hier einfach, was ich denke und fühle. Kann sich aber auch in einem Monat ändern, wenn ich vielleicht mehr Erfahrung gesammelt habe. ...definieren, eher abschrecken und dadurch nach rechts rücken. So, das erklärt jetzt so ein bisschen schon mal diese Bewegung, warum Frauen eher liberaler und Männer eher konservativer. Wodurch das kommt. Kapitel 5. Es braucht uns alle. Bei dieser Umfrage hier gaben 51% der jungen Amerikaner im Alter von 18 bis 29 Jahren an, fast nur männliche, enge Freunde zu haben. Und das zeige ich euch deswegen, weil ich glaube, dass teilweise einfach die Perspektiven fehlen. Klar fühlt man sich oft bei Menschen, wo da die ähnliche Ansichten vertreten, wie man selbst hat. Und man ist vielleicht auch gerne einfach im Austausch mit dem eigenen Geschlecht. Dabei ist ein offener und ehrlicher Austausch mit verschiedenen Menschengruppen sehr, sehr wichtig, um ein umfassendes Menschenbild zu bekommen. Ist es so? Würde ich ihm auf jeden Fall recht geben. Teilweise. Habe ich auch zwei Perspektiven auf die Sache so. Also auf der einen Seite gebe ich ihm hundertprozentig recht. Seitdem ich weibliche Freunde habe und auch mit meiner Mom mehr rede, verändert sich die Perspektive so ein bisschen. Beziehungsweise bestätigen sich auch viele Sachen, die ich schon vorher gefühlt habe. Aber was da ein Problem ist, ist halt, dass die Freundschaft zwischen Mann und Frau oft halt auch nicht funktioniert, ne? Dass es oft halt auch so ist, dass eine Partei dann irgendwie Gefühle entwickelt oder ja, dass da mehr ist als einfach nur eine echte Freundschaft. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum Männer und Frauen jetzt nicht, also warum die Prozentsaal so hoch war, dass viele Männer sich mit Männern umgeben. Ich glaube, das spielt da auch noch mit rein. Es ist sehr wichtig, dass wir eine gute Mitte zwischen den Sichtweiten finden. Für einige ist die sogenannte Vokeness, eine extremere Form des Liberalismus, einfach ein Schritt zu viel. Zum Beispiel ist halt nicht jeder fein mit dem Gendern und das muss auch von der liberaleren Front akzeptiert werden. Mary sagt, Marie sagt gerade, wir lieben euch so wie ihr seid Männer. Wir können nicht ohne euch und ihr auch nicht ohne uns. So. Zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ideologien können alleine schon helfen, um dieser Spaltung ein Stück weit entgegenzuwirken. Allerdings, und das ist ganz klar, können solche Gespräche natürlich auch anstrengend sein. Und man muss nicht jeden Tag politische Diskussionen führen. Das heißt also, ganz wichtig... Aber ich gebe ihm recht. Also mir hat es auch sehr gut getan, diesen Talk bei ARD zu machen, so mit ein bisschen so Leuten, die so Transgender sind, anders sich identifizieren und so. Das eröffnet dein Mindset, weißt du? Das bringt dich anderen näher und das steigert dein Verständnis für die Experience eines anderen Menschen. Man sollte eine offene Haltung haben, aber man sollte auch seine eigenen Grenzen kennen. Man muss nicht alles akzeptieren. Und man muss sich auch nicht jeden Tag Diskussionen auf Twitter bzw. X hingeben oder in irgendwelchen Kommentarspalten und sich da wirklich in den Wahnsinn treiben. Also zieht für euch einfach klare Grenzen. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass wir diese Spaltung nicht als ein Ende unserer Gesellschaft verstehen oder ein unlösbarer Streit, sondern eher als ein Wachrütteln. Dass wir verstehen, warum gibt es diese unterschiedlichen Ansichten und wie kommt es, dass die immer weiter auseinander driften und dass das... Okay, wir müssen die Mädels aus der Walkness rausholen, Jungs. Habt ihr verstanden, ne? So. Wir müssen wieder stärker werden, Jungs. Wir müssen uns darauf einlassen. Wir müssen uns wie ein drojanisches Pferd einfach da rein... Ihr müsst so tun, als ob ihr Walks... Lackiert euch eure Fingernägel, schnappt euch eine Frau und dann zeigt euer Wahnsinn. Mach Spaß, Digga, ne? Kappa. Wie ist you? ...driften dazu führt, dass es noch weiter auseinander driftet. Also Leute, geht raus, diskutiert auch gerne, macht Kompromisse, weil ich glaube, darum geht es einfach auch. Versucht auf irgendeine Art auch andere Seiten zu verstehen und deren Ängste zu verstehen, weil ganz oft kommen zum Teil verschobene Ideologien aus solchen Ängsten. Und ich meine, selten gab es so viele Demos wie jetzt die letzten Monate. Das ist also durchaus auch ein gutes Zeichen, die Menschen... ...krrr... ...haben was zu sagen, die Menschen wollen was bewegen. Ich... ...ja... ...das Thema, wenn es auch was politischer war, ultra spannend. Bin jetzt sehr, sehr gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Mich würde vor allem auch interessieren, merkt ihr diesen... Digga, der redet krass schnell, ne? ...Gender Gap, den es gerade gibt. Ja, safe, Digga, jeder ist Single. Familie funktioniert nicht mehr, alle lassen sich voll schnell trennen. Ey, das ist krass, Bro. Ich sehe das überall. Safe. Führt ihr den auch? Ich habe ultra Lust, demnächst auch was zu machen zum Thema Bildungsgap, wie sich das da politisch unterscheidet. Ich freue mich, wie gesagt, auf eure Kommentare. Mann, 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 ich muss mich echt ranhalten. Ich glaube, in Zukunft, also wenn das so weitergeht, da gibt es irgendwann gar keine traditionellen Frauen mehr. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag um 18 Uhr wieder. Bis dann und ciao. Bester Mann, Digga. Ey, war ein gutes Video, finde ich, ne? Nicht verkehrt. Aber ich finde, der hat das gut zusammengefasst, der Jonas, der Jutzte. Ja, ja, lasst mal eure Gedanken auf jeden Fall unten in den Kommentaren da. Meine Jutzten. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ich bin gespannt. Diskussionen unten werden wahrscheinlich groß werden. Und ja, Mann, Alter. Ich liebe euch. Peace out. Ich bin gespannt.